Herzlich Willkommen zurück zu Dirt Island. Ich hätte gern Shutter Island, aber das ist dann doch ein Film. Hast du denn eine mobile Kreiswerke gebaut? Wir steigen jetzt doch vom letzten Mal. Wieder dabei natürlich Vortex und Talons. Ja, hallo übrigens. Schau, wie lange sie dabei bleiben. Wollt ihr nicht mit dem Auto fahren? Das sind doch noch ein paar Meter, wir müssen hier runter. Ah, 105 Meter. Ja, das ist aber Steppenlaufen, am Ende hängen wir wieder fest. Doch, das auch so, das krieg ich wieder lang. Oder wir parken so sexy wie du das aus dem Tisch. Nein, ich nehm meinen Arsch nicht aus deinem Gesicht. Du weißt, was sonst passiert. Boah, du Teller. Lecker, 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 lecker. Da ist ein Zombie. Zombie, Zombie, Zombie. Ja, dring mich in die Fresse. Oh, ein Zombie. Wie greift man nochmal an? Wir waren auch mit den selben Tasten wie beim letzten Mal. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich hab wirklich keine Ahnung mehr, also wie greift man nochmal an? Also bei mir unten mit R tief, rechts tief, rechts unten. Ja, irgendwie hat sie's grad nicht gemacht. Deswegen, äh... So. Sehr interessant. So ne schöne Kreizzeige wieder versaut. Mann, die war so schön sauber. Alter, Talon's Arsch ausm Weg. Rein provisorisch. Ups. Naja, der läuft nicht mehr. Das Bein ist weg. So. Wir müssen weiter suchen. Wir müssen weiter suchen. Warte, hier ist noch was. Hier ist noch Alkohol. Weiter geht's. Ihr müsst auch mal die Leichen looten, Leute. Mach ich doch. Du hast doch voll einen übersehen. Da bin ich nicht vorbeigekommen wahrscheinlich. Er flüchtet vor uns. Ich möchte ihm mal was in die Fresse werfen, damit er nicht mehr flüchtet. Wie? Ach, wir sind hier immer noch im Hotel. Ich glaube, falsch. Der ist hier runter ins Bad. Du solltest schon da reingehen. Vorsicht! Lass den mal rauskommen, damit wir alle dran können. Am besten mal nach oben. Hier unten ist es ein bisschen zu eng zum Kämpfen. Who's next? Yeah! Mit der Deo-Granate. Ähm. Vortex? Vortex? Ja, das habe ich befürchtet. Der Mark, der hat Angst vor uns. Du kannst abbrechen. Ja. So, sind wir wieder da. Gab kein technisches Problem beim Vortex. Jep, die ersten 3 Minuten. Du Vortex? Ja, ja, bei dem Vortex fehlen die ersten 3 Minuten, weil er Pech hat. Vortex fehlen die ersten 3 Minuten der Aufnahme. Kurze Zusammenfassung. Wir machen gerade die Quest flüchtig. Äh, flüchtig. Und haben das Vieh im Dings besiegt. Also, das könnt ihr bei uns sehen. Bei ihm leider nicht. Aber es ist jetzt nicht so zwangig. Hallo, hier sind Zombies. Boah. Zack, Brustkorb weg, gib mir dein Gehle. Hey. Das Gute ist, die könnte ich... Hey. Hätte mich! Irgendwas hat mich gerade voll weggehauen. Das tut dir richtig weh. Energy Drink. Schnell. Das Gute ist, die könnte ich schwimmen. Ja, der Dame habe ich erstmal den Kopf gespalten. Vorsicht, da kommt einer. Wenn ihr nicht im Steg stehen würdet. Räumt umgenutzt. Oh, da ist ein großer. Aber hier müssen wir gar nicht lang, wir zeigen die Punkte lang. Oh, warte, ich muss kurz die Crest wieder anmachen, die ist bei mir ja auch wieder aus. Die haben diesen Typen hier losgewonnen. Nette dich, Vortex! Dankeschön. Dann pass mal kurz auf, dann kann ich nämlich mal kurz in meine Upgrades reingucken. Und, also, Surat muss aufpassen. Ach, dammit, jetzt habe ich, jetzt habe ich das Medi-Kit benutzt. Ich habe gerade irgendwas Großes, ach, der Große, der ist brav, okay, gut. So, die Crest war flüchtig, sagt ihr? Ja, bitte, ich drücke gerade nur scheiß falsche Knöpfe. Flüchtig, so. So, gut, ich habe alles wieder. Boah, Alter, iiiiih, was da für Fliegenscheiße aus der Reiche kommt. Fliegenscheiße? Mann, hast du gute Augen, dass du Fliegenscheiße siehst. Zombie! Ich sehe keine Fliegen. Was, wo seid ihr? Hilfe! Lass mich nicht alleine zurück. Ich bin minderbemittelt. Der ist schon tot. Egal, ich drücke jetzt noch mal drauf. Kann die tot genug sein? Habt ihr? Wo wollt ihr denn hin? Äh, was? Oh, da müsst ihr. Ich folge dir. Ja, schön für den Tod, Zombie. Für gewöhnlich sind die alle tot. Das ist gut. Ja, nur, dass wir hier rumlaufen, was ein Problem ist. Ja, ich bin hier ganz alleine. Das ist sehr nett von euch. Ich komme ja schon. Ich stoff schon, keine Angst. Wir gucken zu. Ja, genau. So nett sind wir. Ja, das bezweifle ich nicht mal. Je nachdem, was ihr euch zuerst anseht, werdet ihr was Lustiges sehen. Demnächst. Entweder bei Left 4 Dead oder hier. Es ist wohl eher je nachdem, was zuerst rauskommt. Ja. Ja, aber auch, was sie sich zuerst angeguckt haben. Es gibt ja Leute, die warten, fällt eher auf das eine als auf das andere. Toll, ich schneide dem Zombie den Arm ab und der Kopf fällt ab. Ja, natürlich. Ich meine, Arm und Kopf sind nah beieinander. Ich meine, ne? Zombie im Pool, Zombie im Pool, Zombie im Pool. Oh mein Gott, ich hoffe, er ist nicht wohl. Ich habe mir voll die Eier getreten. Ganz schön männerfeindlich, mein guter. Ja, ich habe was gegen mich. Zombie vom Ringschirm. Ins Knie, aber da ist so ein fetter. Noch einer? Ach herrje. Da hinten ist so ein großer und ich glaube, wir müssen die Treppe suchen. So, ja. Okay, wir können den fetten lassen wir in Ruhe lassen. Ja, umgehen wir den besser, ansonsten wird das ungemütlich. Das muss doch ja nicht sein. Wenn das auch in deinem Pool läuft. Ach, ungemütlich ist okay. Sollte das Wasser aber nicht schmutzig? Oh, der hat mich voll weggekickt, der. Sollte das Wasser nicht schmutzig machen? Oh. Der hat mich voll mit seinem scheiß Rohr da weg genutzt, der Junge. Was hat der dabei gehabt, als ich so weggeflogen bin, ey? Ich durfte das Wasser. Alter, da schubst's mir nicht rum. So. Doch. Niemals. Immer auf die kleinen Brillenträger, oder? Bullenschubsen! Genau. Wir müssen irgendjemanden rumschubsen. Ich glaube, wir müssen hier hoch, oder? Ja. Aber er hat da noch einen Zombie. Er möchte da einen ganzen Freudentanz aufführen. Oh, hier ist irgendwas. Warte doch. Bleib unter Wasser und attrinke. Ja. Warte! Warte! Ich glaube, ich war... Nein, der ist ohnehin, Zombie zu töten. Die Warte- Die Warte- Die Warte- Die warte- Die warte- Wie spaß dir die Waffe abzunutzen, kick den Zombie in den Pool und kick nun mal wieder unter Wasser. Ja, ja, ich weiß. Ich komm lieber hier und nimm die Queste an. Die Queste? Ja, ja, ja. Wir sind auf einer Queste. ich hatte ich hatte zu viel gut da wird das wort was darf ich die queste an und zersäck ihn nicht was ich darf ihn nicht versägen um amigos ja und jetzt ja der wurde despawnt ist aber ich auch plötzlich weg gewesen doch bewegt sich ich suche den safe schon wieder ich will das nicht beim letzten mal erst also ich kann mich flüchtig an die quest erinnern der typ der kommt mir auch irgendwie unangenehm bekannt hat man noch nicht aber ich hab den safe schon gefunden rede mit oma oma oh mein gott was gibt es zu essen heute abend dafür brauchst du hilfe jungen was gibt mir dir er da tja so ist es halt ein cash was hast du noch würde ich habe ein fähigkeiten punkt was ein schuss okay ein quest ist es korte für oma hilf um mal zum rettungsschwimmerturm zu gelangen schwierigkeitsgrad einfach belohnung 600 und wir kriegen einen revolver wo ist denn das ist auch gut so ich glaube ich glaube der darf nicht sterben jetzt ist natürlich doof dass wir kein auto dabei haben ja das hätten wir glaube ich sowieso sehr schnell auf talons lauf schieb den npc durch die gegend los schlepp ihn ab ihr müsst ihn vorlaufen lassen der hat eine bestimmte route vorsicht runner wo ein falsches spiel egal ich hab mal kurz seit dem zombie erledigt ja wir haben zwei zombies glatt gemacht in der zwischenzeit noch einer ach das bist du wo ist der ach qualsch der ist die treppe runter ich habe ihn noch keine sorge wir dürfen ihn nicht aus den augen verlieren wenn der stirbt ist vorbei vortex solltest du auch schon nach was zu trinken halten der typ der rennt weg er rennt weg jetzt rennt der typ auch noch eher verständlich warum rennt er jetzt was habe ich denn gerade für einen sprung hingelegt haltet zombies leute ich sehe immer keinen ich höre sie nur ja die sind auch verandert ja halt mir das ding in die fresse ja natürlich hier wir haben das lutschen guck mal ja hinter uns läuft übrigens einer vorsicht da ist einer so das bein ist ab der rennt schon wieder oh vortex lauf kann sich auch nicht entscheiden voll vor das geländer gerannt alter das waren die eier sollte der nicht eigentlich uns folgen und nicht wir ihm ja keine ahnung ich will den rief voll warmen also der kennt doch bestimmt gar nicht den weg geh mal ein stück vor wir sind ja schon da schieb 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 lauf 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 wir sind auf einem weiten weg vor uns ich hoffe der geht zum auto ja lauf so ist gut lauf so ist das fein lauf lauf mit deinen x-beinen rennen rennen mit seinen schackeligen x-beinen da alter als hätte er einen stock im arsch das sahen so aus als wenn er wirklich wunde eier hätte oder irgendwie sowas ja 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 der zündete eier ich sag's dir das ist ein pisser das ist ein eiei doch hier ist energy drink vortex und äpfel wo 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 äpfel nom 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 ich erinnere mich nur von gesunden äpfeln hat auch was gebrochen der läuft echt den umweg hoch 10 der typ das hier ist ein rettungsschimmerleuchtturm egal revolver meine kreissäge nein ähm hab ich den jetzt oder hab ich den jetzt nicht ne die also die äh es liegen keine revolver mehr rum ich hab jetzt einen mittelmäßigen revolver und verformten revolver aber mein das heißt du hast einen der mir gehört ich hab aber nur einen aufgehoben guckt mal lieber erstmal in euer inventar bevor ihr meckert also ich hab einen ich hab keinen äh mein inventar wo auch immer das inventar nochmal war so ich hab was fallen hast du hier der müsste da jetzt irgendwo liegen eigentlich ne ich habe nur einen schweren revolver du hättest ihn nicht fallen lassen sollen jetzt ist er weg warum hä wenn du doch zwei hast dann kannst du mir einen geben oder ja 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 und den fallen lassen statt zu tauschen ich gehe doch hier liegt auch einer da 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 mario hier da von meiner Füße da da nimm mit freu dich siehst du alles ok mal schauen wer an dieser Stelle jetzt alles aufgepasst hat schreibt es in die kommentare oh nein piep ich bin wirklich gespannt wer aufgepasst hat ich hab's nicht mitgekommen Schreib's in die Kommentare, falls ihr's mitbekommen habt, was du an dieser Stelle falsch war. Ja, was so geheimnis dieser Folge. Ach ja. Ah, schön, ich liebe das. Bleist an uns. Ich piepse es raus. Das ist ja langweilig. Kennt ja jeder. Biiiip, biep, 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 biep. Können schon, das ist das, was man macht. Biep, 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 biep. Ich glaub bei den Pieps, jawoll. Ich hab nichts zum Upgraden hier, ey, das geht gar nicht. Äh, so, äh, Bergbank war das Verbessern so. Hm. Boah, bestimmt noch Munition. What do we have here? Also die Theorie von dem Typen auf dem Klo ist ja witzig. Alien infection hat er drauf, also... Wisst ihr Bescheid, das sind keine Zombies, das sind alles Aliens. Wahrscheinlich sind das so Aliens, die sich in dein Gehirn reingefressen haben und dann... Alter, der Typ in der Krankenstation ist mega fucking gruselig. Jedes Mal, wenn ich da reingehe, steht er sofort hinter mir wie so ein Geier. Aber jetzt brauchen wir nur noch Munition. Ich habe ein sehr interessant... Ich habe ein Bauplatt für genagelt, uhu. Mit ein paar Nägeln kannst du jede Art Holzknüppel in einen tödlichen Streitkolben verwandeln, uhu. Folge einfach den Anweisungen hier und du erhältst eine Chance, Löcher in viele menschliche Verkäufer zu machen. Das Ding habe ich schon lange. Hat jemand... Ein Hobby doch schon. Ah, das Ding. Hat jemand einen Baseballschläger? Äh... Ich hatte mal einen, ja. Ich kann gerade mal gucken, ob ich einen habe. Drüben vor dem Typ lag einer. Ähm... Ich habe einen Baseballschläger, aber der ist schon modifiziert. Habe ich noch irgendwo anders einen? Ich habe einen Stock. Ich habe gerade noch hier oben. Äh, ich bin Baseball. Äh, ich habe gerade einen Baseballschläger. Oder was war da noch? Oder noch? Wir liegen abgenutster Stock. Ist das auch wieder für die Kreissäge, was du gerade vor hast zu bauen? Ich hätte dir den auch gegeben. Deo-Bombe. So, ne. Ich wollte mal den Schlitzer machen, aber ich weiß nicht. Ich habe ja meine Machete, das reicht. Ich mache den Schlitzer mal. So. Oh, die Haltbarkeit sinkt. Dann würde ich sagen, die nächste Queste... So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich hatte doch mal Deo-Bomben, wo sind die? Habe ich die schon verbraten? Ach, das ist der Schlitzer hier. Jaja, der Schlitzer, genau, das ist der Schlitzer, dieses Kettensägen-Ding. Dass der Baseballschläger aus Holz war und jetzt aussieht wie Metall, ist schon interessant. Ja, das ist so, das ist so mit Panzertape rumgewickelt. Dann nehmen wir jetzt mal die Queste Familienangelegenheit, aber dafür nehmen wir dann das Eute. Können wir das doch ein bisschen weiter weg? Moment, Familienangelegenheiten sagt ihr, da. Wer nicht mit mir fahren will, muss laufen. Ich fahr, ich fahr mit. Ich bin schon hinten sitzen. Pech! Kinder, kommt nach hinten! Ihr wisst, was passiert, wenn ihr mich verarscht? Äh... Was denn? Keine Ahnung. Was passiert denn denn, Papa? Ja... Ihr wisst, was passiert, wenn ich böse bin? Ja... Du wirst zum miesesten Verräter der Welt. Du hast hier nur keine Shotgun. Du hast nur keine Shotgun jetzt gerade, tut mir echt leid. Guck mal, Zombies! Guck mal, ne Palme! Oh, guck mal, Baum. Guck mal, ne Frau am Steuer! Oh ja! Hält's mal! Hält's mal! Wo müssen wir denn jetzt schon wieder hin? Schon wieder zum Leuchtturm hoch? Äh, das sieht fast so aus. Alarm für Cabrel! 5 Zombie Paradies! Da ist die Frau umstört! Die kann's nicht! Sie bringt uns echt noch um, ey! Und noch Wind? Also... Gut, die Windschildscheibe ist jetzt durch. Oh, jetzt komm! Jetzt... Alter! Ich fähr doch lieber zum... Das Ding hat auch ein Lenkrad zum Benutzen. Nein, das nicht! Nein, das hat kein Lenkrad. Das musst du mit Hebeln machen. Das ist wie beim Panzer. Sag doch, wir müssen wieder zum Leuchtturm hoch. Aber... So lange kann ich dann mal gucken, was ich verbessere bei mir. Lalalalala... Verliere deine Gegenstände nicht bei der Fahrt! So, weeeey! Und in der Tür ist runtergefallen! Weeeey! Komm mal! Eine Tür! So, ich hab einen... Ist das überhaupt hier? Nee! Nee! Das ist ein sehr merkwürdiger Wegpunkt. Sie kann nicht fahren. Sie kennt den Weg nicht. Halt doch mal die Klappe, Junge! Der Wegpunkt ist wirklich merkwürdig. Da geht dir die Leitplacke runter. Ähm... Der geht schon zum Hafen runter, der Weg. Da kommen wir noch gar nicht hin. Das Gebi ist noch ausgekraut bei uns. Da waren wir noch nicht. Schauen wir doch mal. Dann lauste! Kann ich mal warten? Oder so? Jaja, wir stehen hier rum und warten. Ich würde hier rüber gehen. Hier hinten. Hier kannst du mir die Kisten drüber jumpen. Na gut! Während ihr da oben nicht weiterkommt, sterbt mich hier unten. Das ist schön! Gut machst du das! Ja Pech! Muss ja nicht voll auf! Guck mal tot! So einfach geht das! Ja, ich hab's ja schon getötet gehabt. So gut wie. Ne, ich weiß nicht. Kleine Kiste. Hey! Wow! Wow! Was willst du mit der Kiste? Nein! Wer ist das? Yay! Minecraft! Ich will auch so ne Kiste haben. Was ist los nicht? Oh, da war der Kopf ab. Gute lieber die Kisten hier, die da drin sind teilweise. Au! Schlag mich nicht, du Arsch! Dafür ist das Bein jetzt ab! Ja genau! Und der Kopf! Wäre der Arm nicht angebrachter gewesen, der dich geschlagen hat. Wer es findet, darf es behalten. Herausforderung. Ich hab grad 4000 EP bekommen. What? Glückwunsch! Wofür? Was hast du denn gefunden? Keine Ahnung, wofür ich sie jetzt... Kommt Kinnas, welche Stufe bin ich eigentlich? Nur mal grad so, äh... Stufe 9, na gut, das geht. So, ja? Ich glaub wir sind alle so... 9, 8, 8, 9... Ne, du bist... Die Wegpunkte hab ich schon wieder geändert. Alter, ich bin 10 und das ist der Vortex. Weiß doch, warum bin ich 10? Weil du geschildert hast, 100%. Kommt lieber mal bitte, ich möchte hier nicht alleine rumlaufen. Ja, ja, ich bin ja schon da. Hallo! Ihr seid 40 Kilometer vor mir! Was? 14 Kilometer durch? Ich dachte, wir werden viel weiter. Ja Vortex, warte mal! Erst aus dem Spiel fliegen und dann hier auf Eilig machen. Ja, ja, genau. Nachher flieg ich wieder. Diamondbeach! Seid vorsichtig, die können hier stärker sein als sonst. Ja, okay. Wenn wir dauernd tot umfallen, bringt uns das auch nichts. Was ist denn hier? Ich hab mindestens zwei Leute, die ich opfern kann. Danke sehr! Ich fühle mich geehrt, dass ich ein Opfer bin. Glücks. Oh, okay. Es nervt mich ein bisschen, dass man sich hier echt gegenseitig im Weg steht. Das nervt total. Ja, das ist schon manchmal ein bisschen nervig. Dass man einfach nicht einfach einen durchrennen kann, Kurt. Was ich auch witzig finde, ist, die Leute sind glaube ich viel, viel breiter als sie aussehen. Boah, gibt's hier Energydrinks oder sowas? Da ist ne Bar? Vielleicht. Zombies? Ich meine hier sind schon Bar oder so. Ja, hier sind Energydrinks. Hier, bei mir ist einer. Und noch einer. Zwei. Bedien dich. Boah, jetzt bin ich hier voll. Trink genug. Warmer Tag. Endlich bin ich hier voll, ey. Wasser. Boah, hier ist Party, ne? Ja, ja. Party! Wey! Ähm, ich glaube die sind tot. Ach, hier kommst du noch. Äh, äh, äh. Oh, ich glaube ich kenn diese Stelle sogar. Ich hab ja schon beim Singleplayer ein bisschen was gemacht. Weil die ist gestrollen hart. Ganz schön gefährlich, das äh. Ferienreservorat. Sieht aber schick. Sieht an sich schick aus. Also, ich bleib hier. Die paar Zombies halten mich jetzt nicht davon auf, hier Urlaub zu machen. Da ist ein Fettsackzombie, der schwarze dahinten, der ist gefährlich, ne? Könnt ihr, eventuell. Vielleicht solltet ihr mir nicht in die Quere laufen, aber, naja egal. So, weint hier ab. Ich will hier kein Frenty Fire. Da ist ein Fettsackzombie, ne? Vorsichtig. Der tut weh, der tut auer. Hat jemand ne Bombe oder sowas bei? Ich weiß nicht, ich hatte mal, wir haben doch hier Revolver. Talons, geh mal weg, geh mal weg. Kann man aber nicht benutzen, der ist ab Level 10. Masli ist ab. So war's. Fettsack. axe. Vielen Dank.